Das Reichsgericht war von 1879 bis 1945 der für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit zuständige oberste Gerichtshof im Deutschen Reich. Das Reichsgericht hatte seinen Sitz in Leipzig. Es war zuständig für Zivil- und Strafrechtspflege, die in den unteren Instanzen von den Amts-, Land- und Oberlandesgerichten ausgeübt wurde. Ferner betreute es verwandte Spezialrechtsgebiete wie etwa das Berufsrecht in der Rechtspflege. Neben dem Reichsgericht bestanden auch andere oberste Gerichtshöfe, so das Reichsarbeitsgericht, der Reichsfinanzhof und das Reichsverwaltungsgericht. Das Reichsgerichtsgebäude dient nach umfassender Rekonstruktion seit 2002 dem Bundesverwaltungsgericht als Sitz-Dienstsitz. Das Reichsgericht nahm am 1. Oktober 1879 auf Anordnung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze seine Tätigkeit auf. Dienstsitz des Reichsgerichts war Leipzig. Angesichts der im Bundesrat umstrittenen Standortwahl fiel Berlin nur knapp mit 28 Stimmen durch. Leipzig war schon Sitz des Bundesoberhandelsgerichts des Norddeutschen Bundes des späteren Reichsoberhandelsgerichts. Es entschied über Streitigkeiten nach dem Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch von 1861. Bis 1895 tagte das Gericht in der Georgenhalle den 1857 erbauten ehemaligen Leipziger Fleischhallenbrühe 80 Goethe-Straße 8. Das Gebäude, das auch das Café Fürstreichskanzler beherbergte, wurde 1943 zerstört. Nach Fertigstellung des 1888 bis 1895 von Ludwig Hoffmann und Peter Döpfer der errichteten historistischen Neubaus zog das Gericht 1895 in das neue Reichsgerichtsgebäude. Seit 2002 befindet sich im Reichsgerichtsgebäude das Bundesverwaltungsgericht. Zusammensetzung Das Reichsgericht wurde mit einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Senatspräsidenten und Räten besetzt. Beim Reichsgericht wurden Zivil- und Strafsenate gebildet, deren Anzahl der Reichskanzler bestimmte. Wollte ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senates abweichen, so hatte dieser, um die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu wahren, die Verhandlung und Entscheidung an die Vereinigten Zivil- oder die Vereinigten Strafsenate zu verweisen. Der Präsident, die Senatspräsidenten und die Reichsgerichtsräte wurden auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser ernannt. Voraussetzung dafür war die Befähigung zum Richteramt und die Vollendung des 35. Lebensjahres. Im Reichsgericht bestand eine Gerichtsschreiberei. Beim Reichsgericht wurde die Oberreichsanwaltschaft als Staatsanwaltschaft eingerichtet. Zuständigkeiten Das Reichsgericht war ein ordentliches Gericht. Es war zur Entscheidung über Strafsachen und Zivilsachen berufen. Eine gesonderte Arbeitsgerichtsbarkeit bestand nicht. Zuständig war das Reichsgericht auch für das Staatshaftungsrecht. Im Instanzenzug hatte das Reichsgericht in der Regel geborene Zuständigkeiten. Lediglich bei der Revision gegen Berufungsurteile der Strafkammern in Strafsachen betreffend Abgaben, die in die Reichskasse flossen, war seine Zuständigkeit gekoren. Als geborene Zuständigkeiten hatte das Reichsgericht im Zivilrecht Entscheidung über die Revision gegen Endurteile und Beschwerden über Beschlüsse der Oberlandesgerichte zu fällen. Daneben war es Berufungsinstanz gegen Entscheidungen des Patentamts im Patentnichtigkeits, Patentrücknahme und Zwangslizenzverfahren und in diesem Bereich zweite Tatsacheninstanz. Als geborene Zuständigkeit im Strafrecht war es zur Entscheidung über das Rechtsmittel der Revision gegen die Urteile der Strafkammern erster Instanz und der Schwurgerichte berufen, wenn nicht die Zuständigkeiten der Oberlandesgerichte begründet war. Das war der Fall, wenn ausschließlich eine Norm aus dem Landesrecht verletzt war. Das Reichsgericht war somit nicht zuständig für Revisionsverfahren bei Straftaten, in denen die Amtsgerichte erstinstanzlich entschieden. Das waren Verfahren wegen leichter Delikte. Sie konnten nur bis zum Oberlandesgericht angefochten werden. Das Reichsgericht entschied in erster und letzter Instanz für die Untersuchung und Entscheidung in Fällen des Hoch- und Landesverrats. Wenn diese Verbrechen gegen Kaiser oder Reich gerichtet waren, eine Rechtsmittelinstanz war nicht mehr gegeben. In dieser erstinstanzlichen Zuständigkeit war das Reichsgericht Tatsacheninstanz. Auch diese Zuständigkeit war geboren. Das Reichsgericht führte keine eigenen Ermittlungsrichter. Für die Entscheidungen vor Erhebung der öffentlichen Klage durch den Oberreichsanwalt, welche nach der StPO dem Richter oblagen, waren die Ermittlungsrichter an den Landgerichten zuständig. Der erste Senat erledigte die Geschäfte der gerichtlichen Voruntersuchung, die nach der StPO A. F. bis in die 1970er Jahre möglich war und entschied über die Beschwerden betreffend die Entscheidungen des Ermittlungsrichters. Das Hauptverfahren fand vor dem Vereinigten Zweiten und Dritten Senat statt. Wilhelminisches Reich 1879 bis 1918 Das Reichsgericht war mit Ausnahme seiner Zuständigkeit in Hoch- und Landesverratssachen eine reine Rechtsmittelinstanz. Seine Aufgabe war es, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung auf dem gesamten Reichsgebiet sicherzustellen. Das Reichsgericht wurde seit seiner Etablierung von Kritikern als Fortsetzung des preußischen Obertribunals interpretiert. Die Richterschaft war monarchisch-konservativ geprägt. Besonders im Bereich des Strafrechts waren zur Zeit des Kaiserreichs kritische Stimmen am Gericht in der Minderheit, so auch in anderen damaligen staatlichen Institutionen. So wertete das Gericht es im Jahre 1912 beispielsweise als Beleidigung, dass die Sozialdemokratische Partei 1907 eine Broschüre herausbrachte, die sich an Beamte richtete und diese zur Wahl der SPD aufforderte und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die SPD bereits die stärkste Fraktion im Reichstag stellte. Ferner führte das Reichsgericht in seinem Urteil vom 12. Oktober 1907 im Hochverratsprozess gegen Karl Liebknecht aus. Die unbedingte Gehorsamspflicht der Soldaten gegenüber dem Kaiser sei eine zentrale Bestimmung der Verfassung des Kaiserreichs. Dagegen hatte der Angeklagte im Prozess vergeblich betont, kaiserliche Befehle seien null und nichtig, wenn sie einen Bruch der Verfassung bezweckten. Auf der anderen Seite ergingen auf dem Gebiet des Zivilrechts in dieser Zeit einige wegweisende Entscheidungen, die noch heute Gültigkeit besitzen. So bejahte das Reichsgericht die damals gesetzlich nicht geregelte vorvertragliche Haftung, abgekürzt C. I.C. Die C. I.C. war jahrzehntelang ein in der Rechtsprechung und der Literatur anerkanntes Haftungsinstitut. Bis sie im Wege der 2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsreformgesetz geworden ist, VGL, dazu 311 bürgerliches Gesetzbuch N. F. Ferner entwickelte das Reichsgericht die Kategorie der positiven Vertragsverletzung, welche ebenfalls dem bürgerlichen Gesetzbuch unbekannt war. Es entwickelte die Haftung aufgrund positiver Vertragsverletzung anhand der noch heute gültigen Vorschrift des 276 BGB, wonach ein Schuldner für vorsätzliches bzw. verlässiges Handeln haftet. Die positive Vertragsverletzung war jahrzehntelang gewohnheitsrechtlich anerkannt. Nach der im Jahr 2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsreform werden nun entsprechende Fälle anhand 280 BGB N. F. gelöst. Weimarer Republik In der Weimarer Republik setzte das Gericht besonders im Bereich des Strafrechts seine konservative Linie bis hin zum Reaktionären fort. Dies zeigt die Ambivalenz des am 21. Dezember 1921 ergangenen Urteils gegen drei Teilnehmer des rechtsgerichteten Kalbputsches. Auf der einen Seite betonte das Reichsgericht, die Bestimmungen über den Hochverrat schützten die jeweils gültige Verfassung des Deutschen Reichs und damit auch die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 ferner dürften tatsächliche oder vermeintliche politische Missstände nicht mittelstaatstreich beseitigt werden. Denn der Satz der Zweck, heilige die Mittel, sei mit den Vorschriften über Hochverrat unvereinbar. Auf der anderen Seite kam es nur zu einer einzigen Verurteilung, der Innenminister der Putschregierung Traugott von Iago wurde lediglich zur Mindeststrafe von fünf Jahren Festungsschäft verurteilt. Bei der Strafzumessung führte das Reichsgericht unter anderem aus. Bei der Strafzumessung sind dem Angeklagten, der unter dem Banne selbstloser Vaterlandsliebe und eines verführerischen Augenblicks dem Rufe von Kapp gefolgt ist, mildernde Umstände zugebilligt worden. Eine fünfjährige Festungsschäft erschien dem Verschulden des Angeklagten angemessen. Anführungszeichen Am gleichen Tag wurde das Strafverfahren gegen zwei Mitangeklagte eingestellt. Zur Begründung hieß es, sie hätten beim Putsch keine führende Rolle gespielt, so dass das Amnestigesetz vom 4. August 1920 Anwendung finde. Die drei am 21. Dezember 1921 abgeschlossenen Strafverfahren waren überdies die einzigen Strafverfahren, die vor dem Reichsgericht gegen Teilnehmer dieses Putsches durchgeführt wurden. Diese konservative Linie setzte das Gericht fort. So wurde beispielsweise Karl von Osjetzky in dem spektakulären Weltbühneprozess wegen Spionage am 23. November 1931 zu 18 Monaten Haft verurteilt, weil in seiner Zeitschrift ein Artikel erschienen war, der auf die geheime und rechtswidrige Aufrüstung der Reichswehr hingewiesen hatte. Da zugleich der Gewalt von rechts nicht entschieden genug begegnet wurde bzw. diese insbesondere in den sogenannten Fememordverfahren in einigen Urteilen gerechtfertigt wurde, trugen diese und ähnliche Prozesse zu dem Vorwurf bei, die Justiz sei in der Zeit der Weimarer Republik auf dem rechten Auge blind gewesen. In den 1920er Jahren fanden vor dem Reichsgericht die Leipziger Prozesse statt. Allerdings erfolgte nur in wenigen Fällen eine Bestrafung deutscher Kriegsverbrechen. Viele Prozesse wurden eingestellt und von den wenigen Verurteilungen wurden später die Urteile gegen zwei Marineangehörige wegen der Versenkung eines englischen Lazarettschiffs heimlich aufgehoben. Jedoch fielen in die gleiche Zeit einige bahnbrechende Entscheidungen im Gebiet des Zivilrechts. So wurde die Kategorie des Wegfalls der Geschäftsgrundlage entwickelt, die dem bürgerlichen Gesetzbuch bis dato unbekannt war, heute fester Bestandteil der Zivilrechtsordnung. Geradezu revolutionär war die unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise entwickelte Aufwertungsrechtsprechung, mit der sich das Reichsgericht erstmals die Befugnis zu sprach, Gesetze auf ihre Gültigkeit zu überprüfen, was dazu führte, dass der bis dahin anerkannte Markgleiche-Markgrundsatz wegen der galoppierenden Inflation aufgegeben wurde, Nationalsozialismus. Nach der Machtergreifung Hitlers wurden mit dem Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft jüdische und sozialdemokratische Richter gezwungen, ihren Abschied einzureichen und jüdische Anwälte am Reichsgericht an der weiteren Arbeit gehindert. In der Folgezeit stellte sich das Reichsgericht der Machtergreifung und den zahlreichen illegalen Gewaltakten nicht entgegen. Vielmehr verstrickte es sich tief in das nationalsozialistische Unrechtsregime. Etwa als es im Reichstagsbrandprozess den holländischen Kommunisten Marinos van der Loeb auf der Basis eines rechtsstaatswidrigen Gesetzes zum Tode verurteilte. Trotz dieses Urteils war der neuen Staatsführung die Rechtsprechung dieses Gerichts ein Dorn im Auge, sprach es doch die sonstigen Mitterangeklagten frei und widerlegte damit die öffentliche Behauptung Hermann Görings, dass ein kommunistischer Umsturzversuch im Gange sei. Unter anderem deshalb wurde dem Reichsgericht im Jahre 1934 durch das Gesetz zur Errichtung des Volksgerichtshofs die Zuständigkeit in Hoch- und Landesverratssachen entzogen. Ehe Recht auch im Bereich des Zivilrechts war die Verstrickung tief. Beispielhaft sei hier eine Entscheidung aus dem Jahre 1935 herausgegriffen, in der das Reichsgericht urteilte. Beizutreten ist dem Spruchausschuss darin, dass bei der grundlegenden Bedeutung der Rassenfrage im nationalsozialistischen Staat die Heranbildung des jungen Menschen arischer Abstammung zu einem Art- und Rassebewussten Volksgenossen einen untrennbaren Bestandteil des Erziehungswerkes bildet und dass diese Heranbildung nicht gewährleistet, ist, wenn zwar die Pflegemutter nicht, aber der Pflegevater arischer Abstammung ist. In Form von Rechtsfortbildung erkannte das Reichsgericht 1935 die Tatsache, dass der Ehepartner Jude war, als Eheanfechtungsgrund an. Obwohl eine förmliche Rechtsgrundlage für derartige Ehebeendigungen erst mit dem 1938 verkündeten Ehegesetz geschaffen wurde, Vertragsrecht zur Deutung oder Umdeutung von Verträgen mit Juden. Die frühere Vorstellung vom Rechtsinhalte der Persönlichkeit machte unter den Wesen mit Menschenantlitz keine grundsätzlichen Wertunterschiede nach. Der Gleichheit oder Verschiedenheit des Blutes. Punkt, Punkt, Punkt. Der nationalsozialistischen Weltanschauung dagegen entspricht es im Deutschen Reiche nur deutschstämmige als rechtlich vollgültig zu behandeln. Damit werden grundsätzliche Abgrenzungen des früheren Fremdenrechts erneuert und Gedanken wieder aufgenommen. Die vormals durch die Unterscheidung zwischen vollrechtsfähigen und Personen minderen Rechts anerkannt waren. Den Grad völliger Rechtlosigkeit stellte man eh dem, weil die rechtliche Persönlichkeit ganz zerstört sei. Dem leiblichen Tode gleicht die Gebilde des bürgerlichen Todes und des Klos der Todes empfingen ihre Namen aus dieser Vergleichung. Wenn in Nummer 6 des Manuskriptvertrages v. 24. Februar 1933 davon die Rede ist, dass ch. durch Krankheit, Tod oder ähnlichem Grund nicht zur Durchführung seiner Regie-Tätigkeit imstande sein sollte, so ist unbedenklich eine aus gesetzlich anerkannten Rasse politischen Gesichtspunkten eingetretene Änderung in der rechtlichen Geltung der Persönlichkeit demgleich zu achten, sofern sie die Durchführung der Regie-Tätigkeit in entsprechender Weise hindert, wie Tod oder Krankheit erst täte. Mit diesem Urteil rezipierte das Reichsgericht, die sich im damaligen Schrifttum kristallisierende und durch die Kieler Schule katalysierte, Rassistische Zersetzung der Privatrechtsordnung Einer ihrer bedeutendsten Vertreter, der Rechtsphilosoph Karl Lahrenz, schrieb im Jahr 1935 und nur wenige Monate vor Erlass des Urteils, Rechtsgenosse ist nur, wer Volksgenosse ist, Volksgenosse ist, wer deutschen Blutes ist. Wer außerhalb der Volksgemeinschaft steht, steht auch nicht im Recht. Die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung vollzog sich dabei auf zivilrechtlichem Weg unter Förderung durch das Reichsgericht. Die juristischen Werkzeuge waren Umdeutung und Auslegungsspielraum. Die Entscheidungspraxis des Reichsgerichts kann auch als eine Verschärfung der Urteilspraxis gesehen werden, siehe Artikel Sondergericht. Präsidenten des Reichsgerichtes Ende des Reichsgerichts Mit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus wurde ein 1945 DK-Sekunden-Reichsgericht durch die Alliierten aufgelöst und nicht wiedererrichtet. Damit stand in vielen Fällen die prozessrechtlich vorgesehene letzte Instanz bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung. Der letzte Präsident, Erwin Bumke, hatte noch vor dem Einrücken der amerikanischen Armee in Leipzig Suizid verübt. Ab dem 25. August 1945 wurden in Leipzig 39 Richter des Reichsgerichts vom sowjetischen Geheimdienst NKWD verhaftet und ohne Gerichtsverfahren. Zunächst im Leipziger Gerichtsgefängnis inhaftiert. Später wurden die Richter in das Speziallager Nummer 1 Mühlberg-Elbe und die Überlebenden im Herbst 1948 in das Speziallager Nummer 2 Buchenwald verlegt. Als von Januar 1950 bis 1955 Entlassungen erfolgten, hatten nur vier Richter des Reichsgerichts überlebt, die übrigen waren verhungert bzw. aufgrund von Krankheiten gestorben. Zu den Überlebenden zählte auch August Schäfer, der später über die Lagerzeit einen Bericht verfasste. In den einzelnen Besatzungszonen wurden vorübergehend oberste Gerichtshöfe gebildet. 1950 übernahm für die Bundesrepublik Deutschland der neu gegründete Bundesgerichtshof die Aufgaben des Reichsgerichts. Ehemalige Richter des Reichsgerichts gehörten zu den ersten Richtern des Bundesgerichtshofes. In der DDR wurde diese Aufgabe durch das oberste Gericht wahrgenommen. Der Bundesgerichtshof stellte 1952 fest, dass das Reichsgericht am 30. Oktober 1945 zu existieren aufhörte.